Der Wunsch von Millionen hat sich erfüllt. Ein deutscher Monumentalfilm führt sie in eine Welt, die seit Generationen alt und jung begeistert. Sie alle kennen die Helden des Wilden Westens, die als Pioniere ihr Leben gegen eine Übermacht verteidigen müssen. Nach dem beispiellosen Erfolg von Schatz im Silbersee erwartet sie nun Karl Mays schönstes Werk. Winnetou. Ein Erlebnisbericht aus der Zeit, als der Weiße Mann den Weg für das Feuerrost durch die Jagdgründe des Roten Mannes baute. Darf ich euch um ein kleines Tänzchen bitten? Ein Tänzchen möchtest du? Das kannst du haben, aber nicht mit der Dame. Banditen versuchen hier ein Reich der Gesetzlosen zu errichten. Nur ein Mann kann ihnen Einhalt gebieten. Old Shatterhand. Ein Mann, dessen Schmetterhand weltbekannt ist. Ein Film, der alles bisher Dagewesene weit übertrifft. Einer roten Übermacht steht eine Handvoll beherzter Männer gegenüber. Der legendäre Sam Hawkins kämpft wie ein Löwe. Und hier treffen sich die beiden Großen des Wilden Westens zum ersten Mal. Als Todfeinde. Spannend wie der Roman, echt wie die Wirklichkeit und aufregend wie ein Kriminalfilm ist das geschehen. Da braucht man eiserne Nerven. Was war das Penelope? Hast du das gehört? Es ist ein Kampf jeder gegen jeden. Winnetou und seine schöne Schwester ahnen nicht, dass dieser Mann ihr bester Freund ist. Apache sind schon immer unsere Feinde gewesen. Aber Winnetou, dieser räudige Kojote, ist totfeind von uns. Winnetou. Ein Film, der alle Erwartungen übertrifft. Die Geschichte einer wahren Männerfreundschaft, die sich in Not und Gefahr tausendfach bewährt. Mein Bruder. Mein Bruder. Nur eine Minute stillstehen, Gentlemen. Nur eine Minute. Vorsicht, Kamera! Die berühmten Gestalten Karl Mais erwarten Sie. Old Shatterhand, der Held des Wilden Westens. Winnetou, der Häuptling der Apachen. Winnetous schöne Schwester. Das bedeutet schöner Tag. Und all die lieben skurrilen Gestalten, die unsterblich geworden sind. Sie kennen doch Sam Hawkins. Kommen meine Arme. Hihihi. Und das ist der begabte Wildwestfotograf. Tuff, tuff. Er tot. Letzt du nie erfahren, wo Gold der Apachen ist. Chochi denkt nicht nur daran. Ein romantischer Film und doch ein knallharter Western. Karl Mais' berühmtes Buch als Film ein unvergessliches Erlebnis. Das gibt es wirklich nur im Kino. Eine gute Nachricht für alle Filmfreunde. Winnetou kommt wieder. Ich muss schon sagen, das ist der beste Einfall, den ich hier hatte, wenn ich mich nicht... Winnetou und Old Shatterhand erwarten Sie. Hohin. sis meletiert Sie. Sehr herzlich.